so nicht das muss an diesem Schalter springen oder ach das Strom auch ach so das Strom auch sobald ich den den Hebel betätige hm dann überlege ich mir das nochmal wo ich den hinstelle den Wagen ja dann stelle ich den doch lieber hier hin dort nicht weg oder weiter weg ne gut dort nicht weg hm wie hab ich das jetzt gerade gemacht von dir aus ne ja und kurz bevor es bei mir ist Nebel drücken, dranspringen rüber springen und zack an den Hebel ach schon bin ich hier ach ich kann nicht rein na gut hab ich halt auf dem Wagen hui, geisterbar stets hoch wahrscheinlich nicht ne ich war zu schnell ich war tatsächlich zu schnell ach so ich darf nicht stoppen gut das ist das ist also zwar auch ist es relativ schnell geschafft am zweiten Versuch aber F also ich muss doch wieder rechtzeitig weg sein ne ich weiß nicht bis wo es Stück mit dem Strom geht aber zumindest ist es Fälle es ist jetzt klar wie das gehen soll was ist möglichst langsam machen genau ist sie ist einfach in diese Richtung also noch die Geschwindigkeit in die Richtung und dann dauert es noch mal länger bis zu beschleunigt komm 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 welch gesprungen hätte ich gleich geschafft springen 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 geschah so das ist der strom e jetzt das nicht bleibt so noch mal gucken nicht aber das ist jetzt echt schwer hier irgendwas zu erkennen so mal schauen was muss ich machen kiste auf den strom oder kann das sein okay so geht das was ist das laser anstatt anlagen ok sonst nichts ist ok super kann ich jetzt mit dieser kiste ablenken krieg ich die kiste überhaupt lang natürlich nicht näher das nicht lang ohne irgendwo hochklettern zu können was hat es bewegt sich gut die eine aber die andere die schießt zu lang als ich da springen könnte ich weiß nicht was ich da machen soll irgendwie ablenken aber so schon mal gar nicht der schädigt die aber noch funktioniert sie glaube ich glaube ich muss das noch mal machen kann das sein da also geht doch na gut okay also man kommt drauf was dauert halt im Moment ist da Strom drauf zur Abwechslung mal nicht da kommt nicht hoch mit dem Kasten käme ich hoch aber das geht so nicht da mache ich mir schon Strom mit an das ist Schwerkraft sehr geil ah weg 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 okay das ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache ich komme ich jetzt wieder zurück okay das soll doch mal hier links sich da lang bewegen ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich von der schwerlosigkeit nicht betroffen oder von der von der von der umkehre so unfair also das bewegt sich da lang wie kommt ich da wieder ich muss doch da bestimmt wieder zurück ich komme also ich muss auch gleich gucken jetzt weiß ich noch nicht wie ich da weil ich muss doch die Kiste sonst kommt da nicht hoch ich muss irgendwie die Kiste da hochkriegen weil ich kann mich auch nicht auf die Kiste draufstellen oder geht das mehr oder e n n n n n n n n ich will zurück es war nicht so geplant z nahm er zu beziehen das wird nichts nämlich was es kann ich nicht mehr wie ich hier zurückkommen soll das ist irgendwie ergänzt wird es auch nicht mehr weiter oder ach ja klar gut Hauptsache ich sterbe davon ok jetzt bin ich wieder hier weil wie krieg ich das hin ich komme da nicht hoch ich habe aber auch keine kiste links noch stehen da sind keine kisten also muss ich mit dem hier auskommen ich muss irgendwie die Kiste hochkriegen und selber wieder hochkommen Fakt ist ich krieg das nur an wenn ich unten bin also muss ich auch irgendwie wieder hochkommen das ist es als Anlaufbahn nehmen ich bin Renn 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 springen 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 und drauf geht doch Mann war das einfach Pust okay schon bin ich oben und ja jetzt kann ich mich wieder runter oder was was sagt mir das was sagt mir das ich sag mir ich brauch die Kiste auch noch oder was ich kann auch nicht außen rum und die dann da wieder lang ziehen das geht schon mal nicht was sonst kann ich noch machen was sonst kann ich noch machen ich kann hier hoch gut Schwerkraft wieder umgekehrt und ich bin wieder hier wenn ich das zweite jetzt hier wieder runter schiebe und habe ich auch nichts von oder ich glaube nicht dass mir das jetzt irgendwas bringt ich verstehe es jetzt auch wieder nicht aber ich glaube das ist schon so oft passiert und irgendwann bin ich doch auf die Lösung gekommen ich bin die sich ein paar oder komm spring mal schneller auch schneller ich weiß es nicht also ich komme da zwar hoch an der Leiter aber ich brauche doch beide Blöcke scheinbar oder brauche ich beide Blöcke sagt bloß ich brauche gar nicht beide wie sollst du dich hier hochkommen aber ich komme auch mit einem Block dann nicht hoch m es könnte jetzt natürlich sein es könnte sein dass ich nur einen Block brauche die ich sowieso schon brauche so gut der ist jetzt mal hier da komponiert hier nein also so auch nicht ich schiebe mal ganz nach hier den anderen ganz nach da und dann renne ich gehe hier rüber oben drauf komm gut okay jetzt steht die hier wenn ich jetzt für den Schwerkraft umkehre kommt sie genau oben an das müsste klappen deswegen habe ich hier auch die Leiter damit ich da hochkomme ohne eine zweite Kiste zu brauchen und schnell hoch schnell 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 dann nimmst nicht nimmst nicht nimmst nicht nimmst nicht nimmst nicht nimmst nicht erschlagen werden so und jetzt kommt kommt jetzt hoch dann kommt jetzt noch heute nicht hoch nein ich komme hier immer noch nicht hoch Untertitelung des ZDF für funk, 2017